Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zum Forex am Abend, Ihrem persönlichen Markt aus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Gürtler und wir am Mittwoch, den 16.09.2015, das ist 19.45 Uhr, ganz genau. Wir sahen heute durchaus starke Aktienindizes, das traf allerdings nicht auf den DAX zu. Hier waren letztendlich zwei Sondereffekte sichtbar. Zum einen der morgige Verfallstag, der hier sich vermutlich schon auswirkte. Zum anderen ein etwas stärker werdender Euro-US-Dollar, der sich hier negativ auch auf den DAX auswirkte. Wir hatten gesagt, es gibt eine Korrekturwahrscheinlichkeit, eine hohe Korrekturwahrscheinlichkeit, die ist dann auch eingetreten. Konnte sich dann auch hier wieder so im Bereich des 76ers stabilisieren. Ist eigentlich weiterhin long. Gerade wenn man sich die US-Indizes anschaut, muss man klar sagen, die zeigten sich heute positiv. Auch im Gegensatz zum DAX konnte selbst der Euro-Stocks ansteigen. Und ich meine, Euro-Stocks und DAX laufen normalerweise parallel. Aber heute haben wir so einen kleinen Sondereffekt. Den erkläre ich mir mit dem morgigen Verfallstag und dem stärkeren Euro-US-Dollar. Ansonsten war der Euro heute nicht wirklich extrem stark. Aber British Fund, Schweizer Franken war sehr, sehr zufriedenstellend. Da zündete heute aufgrund der Nachrichtenlage das Ding nach oben durch. Aber dazu an späterer Stelle mehr. Heute der S&P 500 konnte die bullische Tendenz aufweisen, vorweisen. Allerdings hier nicht an der 1994er Marke letztendlich hier vorbeiziehen. Sondern scheiterte aktuell noch dran. Wenn der Ausbruch kommt, könnte dann eine Beschleunigung einsetzen bis in den Bereich von 2050 Punkten. Da bleibt alles beim Alten. Der Dow Jones heute auch hier ist gerade dran, ist kurz davor auszubrechen. Wichtig ist nur, dass der S&P genauso ausbricht. Der Dow Jones hier ist zwar gerade dran, aber die 16.720, die hat er noch nicht durchschossen. Von daher, wenn wir da heute nochmal durchgehen sollten, wäre ich hier bereit zu kaufen. Aber ich will trotzdem eher den S&P sehen hier. Weil das ist mir noch zu fragil. Nachher haben wir dann genauso eine Situation wie hier. Und dann kommt der Abverkauf und dann stehen wir da hier an den Hochs mit den Long-Positionen. Das muss nicht sein. Ich will, dass der hier auf dem H4-Schlusskursbasis über die 1994 schließt. Ansonsten ist das für mich kein Ausbruch. Untergeordnet kann man sich das Ding sicherlich nochmal angucken. Wenn er jetzt nämlich durchsteigt, wäre hier ein Konsolidierungstief vorhanden. Dann könnte man auch eng gestoppt unter diesem agieren. Aber das ist von daher sehr zu begrüßen. Also gefällt mir in der Form sehr, sehr gut. S&P steht also kurz vorm Ausbruch. Dow Jones ebenfalls. Der Nasdaq zeigte sich heute schon leicht bullischer. Aber auch hier gilt klar, die Regel S&P als marktbreiter Index ist relevant. Die Rohstoffe heute positiv. Aufgrund auch eines schwächeren US-Dollars. Der WTI ist durchgebrochen. Wir hatten da mal in einem Video über das Dreieck gesprochen. 2 Dollar ging es hier nach oben. Jetzt gilt es, die Korrekturen zu kaufen. Schöner Ausbruch. Und damit sollten wir eigentlich übergeordnet weiter long laufen. Gefällt mir prinzipiell sehr, sehr gut. Aber auch Silber und Gold zeigten sich bullisch. Gerade Silber konnte hier einen sehr starken Impuls ausbilden. Und dieses Bullisch in Galfing ist natürlich nicht zu verachten. Denn damit haben wir hier letztendlich die gesamte Spanne der letzten Tage und Wochen, mehr oder weniger in einem Atemzug nach oben hin, letztendlich neutralisiert, kompensiert. Kommt es hier zu einem Bruch, und da müssen wir jetzt nochmal schnell ein anderes Template laden, Sekunde, kommt es hier zu einem Bruch, ist das sicherlich erstmal ein positives Element. Aber genau darauf wollte ich hinaus. Wir sind am Vorwochenhoch an der Tages EMA 50. Die Ishimoku-Wolke plus die Wochen EMA 20 plus. Diese letzten Hochs. Also wir sehen deutlich, noch ist da keine Trendwende Erfolg. Das ist ein erstes bullisches Flackern. So weit sie gut. Aber für mehr Impulse muss es über die 15,70 gehen. Im Idealfall, und da ist für mich dann eine Trendwende überhaupt in Silber, da ist daran überhaupt zu denken. Das wäre immer noch hier ab der 17 Euro Marke, wollte ich schon sagen. 17 US-Dollar Marke, das ist hier das alte Setup, das Teil. Da muss er drüber auf Tagesbasis über 17,10. Das sind noch 2 Dollar, das ist noch ein Stückchen prozentual. Leichte Impulse sind vorhanden. Das ist vielleicht auch eine Spekulation auf die morgige Fett. Aber ohne die Fettbogen und ohne den Durchbruch sehe ich da jetzt momentan erst mal nur ein kleines Flackern. Auch in Gold ist das sicherlich zu begrüßen, was wir da gesehen haben. Aus bullischer Sicht, natürlich nicht aus bärischer Sicht. Aber auch da ist für mich eine Trendwende noch lange nicht abgeschlossen, beziehungsweise noch nicht mal in Arbeit. Also da muss er hier locker über die Tages 200er. Und selbst dann wäre ab mir, ich mag ja so frühestens ab 1200 oder sowas, eher sogar erst ab hier oben, ab 1300, ja 1310, wenn überhaupt. Also von daher ist noch ein Stückchen hin. Man sieht auch deutlich aus dem übergeordneten Wochenkontext ist das bislang noch gar nichts. Also das kann hier noch weit, weitaus tiefer gehen. Erste Stabilisierungen sind da. US-Dollar, Schweizer Franken. Zeigte sich heute impulslos. Kein Bruch des Vorwochenhochs. Schade, aber nun gut, wenn er keinen Bruch macht, ist halt so wild. Euro, US-Dollar, das hatten wir mal, glaube ich, wann hatten wir das? Montag, Freitag, das untere Setup hier unten. Es hat ganz gut funktioniert, ist auch leicht bullischer gewesen. Das lag aber nicht am starken Euro oder sowas, weil der nicht stark war. Das lag einfach am schwachen US-Dollar. Und Long-Position werden wir da hier ab der Tagesebene 200 relevant, ab 1,13,71. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? US-Dollar Cut, ja, temporärer Durchbruch, aber wir hatten gesagt, der soll die Seitwärtsphase hier brechen. Und das muss er jetzt erstmal machen. Noch tingelt er jetzt hier rum. Sieht zwar leicht bärisch aus, aber gut, das saß auch vorher schon. Gerade hier beispielsweise solche Sachen, die waren ja vorher schon bärisch und die Seitwärtsphase muss brechen. Selbst wenn die gebrochen wird, der Short gefällt mir nicht ganz so gut. Gegen die Tagesfünfziger könnte man schon fast hier unten kaufen im Bereich der 1,30,50. Also, mit Short-Position bin ich ja noch zurückhaltend. Out US-Dollar, ja, weiterhin Long, zumindest bis hier 0,72,50. Da dann der Short mit Sicherheit eine Option, wenn es überhaupt noch morgen vor dem Leitzinsentscheid machbar ist. NZD US-Dollar, da nochmal einen Blickwert drauf. Short unterm Vorwochentief. Ansonsten wäre ich nochmal bereit zu Shorten im Bereich der 0,65,20. Euro-Britisch Fund knickte heute weg. Tja, leider. War ein schönes Ausbruch-Setup. Kam nicht dazu. Bleibt weiterhin interessant. Der gesellt sich im Übrigen jetzt zum Euro-NZD hier. Auch da keine Szenarien bislang, aber erst ab 1,80 ist er wieder Long. Und der Einzige, der so wirklich interessant war und der dann auch gezogen hat, das war das britische Fund gegen den Schweizer Franken. Hier kam dann News rein und das Ding katapultierte nach oben. Gefällt mir an sich sehr gut. Ich meine, der Stopp, der war bei 1,48,90. Wir waren bei 1,49 genau. Ne, wo waren wir genau? Ja, doch, genau 1,49. Das war ein knappes Ding, knappe Kiste. Aber gut, es ist wie es ist. In der Spitze 150 Pips. 30,40 riskiert. Akzeptabel. Hat jetzt noch die Möglichkeit, weiter anzusteigen. Aber auch da gilt natürlich, dass Gewinnmitnahmen hier förderlich sind. Zumindest Teilverkäufe sind in der Form immer mal zu begrüßen. Jetzt sehen wir deutlich, dass der Markt dort zu spät eingezeichnet. Jetzt sehen wir durchaus, dass er stärker ist. Aber jetzt sind Neupositionierungen auch nicht mehr attraktiv. Also da will ich schon, dass er hier nochmal über die 1,51 ansteigt. Aber der britische Pfund ist mit Abstand ein sehr guter Basiswert gewesen. Und im DAX die Korrektur haben wir ja auch getroffen. Mehr oder weniger fand ich ganz okay. Jetzt wird er weiter vermutlich ansteigen. Eigentlich hat er jetzt Platz bis 10.330, 10.380. Aber, lange Pause. Der S&P, der muss durchbrechen. Wenn der durchbricht, direkt Platz bis 2003 und dann ab 2003 Platz bis 2040. Das ist doch erstmal hier ein interessantes Setup. Die Ausbrüche sind jetzt hier schon entweder gerade am Laufen oder ergeben sich gerade. Von daher bin ich da froher Dinge, dass morgen die Volatilität auch dementsprechend akzeptabel sein wird. Ich hoffe, der Tag war für Sie in Ordnung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Video positiv bewerten. Und ansonsten hören wir uns dann morgen früh wie gewohnt wieder. Das war's. Schönen Tag, good trades und wenn Sie mögen bis bald. Auf Wiedersehen.